moin moin meine leute und willkommen zurück hier zur folge dragons dogma für die switch wir sind in gran soren und haben jetzt ja gerade ein auftrag erledigt und wollen wir sehen ob wir dafür doch irgendwas bekommen so wurde kundgetan dass wir es geschafft haben natürlich super ist also wir können auch gucken ich habe ja hier nachher wohl handwerker viertel gucken ob ich hier irgendjemanden finden der uns was bauen will lassen geschützt wahrscheinlich in der nacht jetzt mögen die nicht so gerne oder kommt hier handwerkerhaus ja der hat mir die question angenommen durch diesen gut lass uns mal gucken ob die ob die die kunde nun bewilligt hat dass wir die kobold aus der schatten feste vertrieben haben ein laut zu hören das stimmt wir wollen das verbessern und vielleicht meine halsabschneider aber auch ein kupfer jetzt dazu das haben wir nicht bogen dazu verbessern und aber auch nicht die dann zwei ok aber wir können aber ganz kurz aber irgendwelche coolen was nach hat für uns was neues als abgeschneider wirklich was das andere gibt uns alles nichts letzt guck mal an dass wir im kopf lederschutz könnte uns ganz gut stehen kostet aber auch zwölfter obwohl können wir uns ja leisten wieso kann ich dir nicht kaufen das geht nicht ach weil er es nicht hat oder was naja vielleicht sollten wir bevor wir hier nochmal mit denen reden sollten wir vielleicht mal erst mal zum kaiserlichen gehen da und dem bericht vielleicht kriegen wir irgendwas von denen das genau ist dort dafür müssen wir irgendwie durch der weg hier so eine schlechte orientierung hier was die karten angeht und was ist das richtig ihr scheint mir niemand zu sein der einem mann allein nach seiner äußeren beurteilt ja wir haben aber das das ist eine wiese choice ich werde du bist sicherer zu hören was ich habe zu sagen ich habe lange zu suchen für ein bestimmtes salomet grimoire er sagt seine die 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 okay ja total all er muss man schneller aufrufen können damals noch hoch also müssen wir hier er seguir regelt aber noch mal hin Hurte dass er noch eine ausdauer gott solange hier hat das wäre ich ja wirklich darüber manchmal wenn man hier auch noch rumlaufen müsse aber seine ausdauer achten müssen das wird wirklich nervig sein jeder auch noch mit der nacht der oberstadt doch die andere freut er sich so aufgestiegen kohle bekommen erfahrungspunkt bekommen super auch aufgestiegen wir haben das alles ja schon dass wir können etwas anderem und wir sollten mal unsere einfach mal gucken was unsere ganzen wir müssen aber gucken dass wir unsere ausrüstung alles mal ein bisschen aufputschen muss ja irgendwo ein viertel geben wo waren wo ist das viertel wo wir in der innenstadt cooles wissen das ist natürlich weite wege jemand laufen muss man auch in der stadt der riesig der stadt muss man einfach mal sagen so also ich glaube wir werden jetzt ein bisschen dass wir unsere ausrüstung verbessern und allgemein sachen mal durch checken hier so So, dann meint er, wenn es ein Zauberlehrling war, was gibt es denn hier? Was habt ihr denn da so? Meine Spitzhacke mitnehmen? Verladen, ne? Shit, ey. Ja, wir müssen noch gleich was verkaufen, aber es gab es nicht. Ja, ich wollte eigentlich gar nicht, ich will eigentlich was anderes machen. Können wir hier nicht irgendwo schlafen? Hey, war das nicht hier, dass man hier irgendwo pennen konnte, oder was ist hier hinten? Nicht mehr. So, auf die Karte gucken, wo war denn jetzt die... Ah, ist das nervig. Diese Karte mal verordnen. Wo kommt man, irgendwo kann man doch hier schlafen. Kann man jetzt auch hier? Gasthaus zur Einigkeit, da sollen wir hin. Gut. Gasthaus zur Einigkeit. Was hier? Oh, hinten sitzt einer, der irgendwas weiß. Was? Ich bin in Ordnung. Das ist ein Team. Aber es ist in Ordnung. Aber es ist in Ordnung. Was? 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 erlernen so was es hier so gibt großes auslöschen verbessert werfen wunderte küsse ein verbessert das schadach oder kurs den werben beschleunigt und mehrere aufeinander folgenden durch das doch super leute eine feuerwerks explosion eben kann über die umstehende gegner betäubt spurt im spiel damit gesichert werden durch die luft besonders von erhöhter position eingesetzt die länder von überraschten gegner solchen die schlafen so mit dem bogen fünffacher werbel eine erweiterte form von dreifacher pfeil 45 war der rasch erfolge ab ist drei fall in kalt verhandlung haben volle dehnung spannt den bogen mit voller kraft und schießt den fall geradeaus schießt den explosiven fall hat der kleine geschoss über ein größtes gebiet verteilt wenn wir auch mit so war gucken die eine verbesserte form und zwei schritt hier einen werbeln schlag auf gegner entfesselt die folge form eines grund welche die euch in einem zweiten sprung kraft waren die höhe karten wird hier er bieten verbrauchte auch so ein fester direkt marken wirkt dass die wirklichheit erhalt bleibt auch wenn die ausdauer bereits verbraucht ist der rückstoß von der bogen angefeuert an höhen andere umgebung kann schnell erklärt werden vielleicht sprung angriffen mehr kraft erweitert die obergrenze der ausdauer gut auf jeden fall hier drüben noch was anderes ein fischer ließen schneiden damit so ja auch und zwar durch 100 schneider wende groß auslöschen gut ok hat er laufbahn wechseln kann man auch ok wir sind jetzt ich will ja streicher bleiben als wechsel möchte ich nicht magischer bogenschütze deutsch starb ok der deutsch schildbogen konversionslaufbahn waffen schwerte deutsche schilde bögen aber viele geil dass man das machen kann man das machen kann man jetzt ja nicht mehr machen so und das lagerweil einladen so wir so gucken ja dann der material ja dann sind wir alles mal einladen die mitlage die alle geschehen die gleiche ich möchte hier fort wir alle materialien das ist schon gut aha es empfiehlt den langen schwanz an chemie das alles ist anzugreifen das grübeln narrenkappe und sieben auf dem herr aus aber sie hilft ein bisschen Verwallene Kleidung auf jeden Fall mehr Schutz bietet. Das ist natürlich mehr Schutz gegen alle möglichen Becherungswiderstand, 7, 8, 10 Prozent. So bei dem. Mal. Okay. aber nicht so viel elektro ein bisschen ausstatten dass sie jetzt großartig hilft gut einlagern und zwar eine von wundersamen magie für das fragment aber drei davon ja ein tod und hin zurück wenn uns noch ein schlitter von betätigt vorrichtung recht viel hier was flecken muss eigentlich wir können wir reinpacken und pfeile vorne lassen und werben kann um lärm zu machen einpacken ist weil dieses messer das würde ich reichen die mütze hat sich das wenn am ausruhen bis zum morgen bleiben da haben wir aufpowern und alle so wollen wir flash und noch mal zum heißt er zu dem schmied wenn ich nur gucken was er für materialien hat ich nur waffen hat er nicht gerade dann können wir nichts dann machen wir auch gut jetzt sind wir jetzt mal wieder frisch und munter und die können jetzt mal gucken was wir nicht machen wollten poliante fernässe und dieses grämoa ist irgendwo unterschlüpft der banditen versteckt durch gibt das gebiet und beschafft den folianten gut das unsere nächste quest die banditen den folianten besorgen da kleine leben quest mal machen das war nicht immer der hauptquest folgen ist doch auch ganz nett ihr habt mehr zu fürchten als nur monster seid stets auf der hut vielleicht ist es Zeit dass wir unsere Suche für dieses magische Buch, Master? es gibt einen Freight-Konvoi, nicht weit von ihm. Komm, wir werden sie mit uns wir sind, Master. Welcher Gruppe der Banditen hat das Buch genommen? die Arme sind bereit holen, geht's ab 100 Küste haben wir jetzt auch da werden wir die 100 Küste verteilen ah, wir knutschen hier und ich bin der Kasper mit dem Hut ich bin wieder aufgestiegen ich bin wieder aufgestiegen was ist er denn? Eier! ein Viech er hat den schwanz abhauen herausgefunden das ist wie ich hin ruhig wir müssen jetzt bekämpfen wieso was für den auftrag haben wir denn jetzt hier es bedeutet uns gewohnt zu finden gesucht um das korte ist der berne region der schattenfeste ok so der bern das ist der typ hier mit dem soll die karte gucken und schon ein kleiner weg da sieht er wird zur schattenfeste na toll dann kommen guter besser bern bringen wir erst das nächste mal hin denn es ist schon wieder so spät das war eine kleine folge die wirklich gar nicht so viel mit den questen hat aber wie gesagt wie ich schon mal beschrieben habe es muss leuten nicht gefallen was ich hier mache ich spiel zeit so durch mit euch wie ihr seht also ich hole nicht vor oder macht nichts hoffe ihr seid beim nächsten mal dabei und bis dahin tschüss Untertitelung. BR 2018